Die Sommerferien beginnen bald und die Frage taucht auf, welches Camp soll ich für mein Kind wählen? Ein ungandeutsches Camp kann eine gute Entscheidung sein, weil die Kinder spielend, ohne es zu merken, die Sprache üben, während sie solche Erlebnisse und Erfahrungen sammeln, für die während des Schuljahres keine Zeit bleibt. Jöndi Scherer-Tschapai organisiert seit zwölf Jahren ungandeutsche Camps, dank einer erfolgreichen Bewerbung und der Unterstützung durch die Sexar der deutschen Selbstverwaltung in einer sehr schönen Umgebung. Im Jahr 2021 haben wir eine Bewerbung bei den Betlen Gabor, Nemseti Együtt Möködesi Alap und von der Sexar der deutschen Selbstverwaltung auch Unterstützung bekommen. Und wir konnten schon unseren Kampf in Olschonana, in Galagonia Tabor halten. Das möchten wir hier jetzt bedanken, die Unterstützung. Das war sehr gut für die Kinder auch und für die Eltern auch, weil das auch eine sehr gute Gegend ist für den Kampf, für das Kampf. In diesem Jahr organisieren wir auch einen deutschen Nationalitäten-Sommercamp für Kinder. Im Allgemeinen besuchen uns Kinder aus der Unterstufe, aber es gibt immer einige begeisterte und fleißige Kinder aus der Oberstufe auch, aus der fünften und sechsten Klasse, die uns auch sehr gerne besuchen. Und die Teilnehmenden sind im Allgemeinen aus der Valerio Dienes Grundschule. Aber wir haben sehr viele Teilnehmende aus den anderen Sexar der Schulen auch und aus der Gegend auch. Tollnau, Mörsch, Ötchen, Wardom, sehr viele Kinder haben wir schon aus dieser Gegend. In einem Jahr organisieren wir schon ein oder zwei Sommercamps. Heutzutage haben wir 25, 30 Kinder als Teilnehmer und wir wollen immer die deutsche Sprache durch Spielen den Kindern näher bringen. Sie können solche Spiele im Camp kennenlernen, womit sie die deutsche Sprache üben, aber ohne Bleistifte, ohne Hefte, nur mit vielen Bewegungen und nur mit vielen Spielen. Zum Beispiel ein Riesengesellschaftsspiel, wo die Kinder die Figuren sind. Sie können auf den Feldern treten, sie haben einen riesengroßen Würfel, damit können sie werfen. Und es gibt sehr viele Stationen, wo sie viele Aufgaben haben und das müssen sie erledigen. Das macht den Kindern Spaß, aber das bemerken sie gar nicht, dass sie die deutsche Sprache üben. Aber trotzdem, das macht ihnen Spaß. Und ja, wir besuchen in jedem Jahr die deutsche Bühne auf und wir haben sehr guten Kontakt mit der Bühne auch und wir besuchen in jedem Jahr ein Landhaus, ein ungardansches Landhaus. Wie zum Beispiel Somberek, Hofalu, Bátaszek, Vardomb, Gerezsdlak. Überall sind die Kolleginnen sehr nett und sehr hilfsbereit. Sie organisieren sehr gute Programme für uns, wo die Kinder die ungarneutse Traditionen auch kennenlernen können. Und wir basteln sehr viel im Camp, immer mit etwas mit Nationalitätenthemen. Wir basteln Ulmerschachtel oder machen wir Blaufellbertischdecke, machen wir einen Wandschützer mit Monogramm oder einem Tuch. Also so viele Sachen können wir mit den Kindern zusammen machen. In diesem Jahr haben wir ein Gastronomie-Camp gemacht. In Ossonana haben wir jeden Tag etwas Ungarn-Deutsches gebacken. Rosenkrapfen, Salzgipfel und so weiter. Jeden Tag haben die Kinder etwas gebacken und dann konnten sie natürlich das essen. Und das machte den Kindern sehr Spaß und sie haben das sehr gerne gemacht. Und dann konnten sie die Rezepte aufschreiben und dann natürlich nach Hause bringen. Und bis wir diese Speise fertig gemacht haben, konnten sie auch mit uns Deutsch zu sprechen. In den Ungarn-Deutschen Camps können die Kinder über die Traditionen und über die Ungarn-Deutsche Kultur nicht nur hören, sondern diese ausprobieren und erleben. Die Sprache wird hier nicht gelernt, sondern jeden Tag benutzt. Was garantiert, dass sie Deutsch noch mehr lieb gewinnen und ab September anders betrachten und anders lernen.